Hier präsentieren wir die 5 besten Vogeltränke. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 5. Die SZ-Desichen USA Keramik Vogeltränke ist bei Käufern sehr beliebt. Die wird auf eine traditionellen Optik legen. Das Desichen sieht aus wie handgefertigt, weicht jedoch deutlich vom Produktbild ab. Die Tiefe der Vogeltränke wird mit 6 cm angegeben. Die Käufer bemängeln jedoch, dass die Schale deutlich flacher ist und so ein geringeres Fassungsvermögen aufweist. In einigen Fällen gab es bereits im Auslieferungszustand Risse und Abbrüche in der Keramik. Durch den geringen Füllinhalt fallen damit einhergehende Undichtigkeiten besonders negativ auf. Nummer 4. Die SZ-Vogeltränke aus Gusseisen überzeugt bei der Gartengestaltung mit einer ansprechenden Optik im Vintagestil. Mit einer Elfenfigur versehen. Stets dieses Modell auf einem filigran gearbeiteten Standfuß. Der dekorative Wert ist hoch und auch die Funktionalität kann in vielen Fällen überzeugen. Bei den Vögeln findet die Vogeltränke aus Gusseisen eine hohe Akzeptanz. Die flache Schale ist einfach anzufliegen und bietet mit einem Durchmesser von 37 cm genügend Raum für mehrere Vögel. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer List Nummer 3. Mit einem günstigen Preis und einem modernen Design kann die Opus Wassertränke in Tropfenform viele Käufe überzeugen. Das Modell gehört zu den meistverkauften bei Amazon und erfreut sich bei den Wildvögeln eine hohe Akzeptanz. Mit der Öse an der Oberseite lässt sich die Opus Wassertränke sehr einfach und schnell an einem Haken aufhängen. Durch das geringe Gewicht schaukelt sie allerdings stark im Wind. Der umlaufende Rand ist für Vögel gut anzufliegen und bietet ausreichend Raum zum Sitzen und Ausruhen. Für Kritik sorgt die geringe Wassertiefe des Tellers. Nummer 2. Die Vogeltränke mit Vogel ist aus massivem Stein gefertigt und von Hand gemalt. Mit einem Gewicht von 4,3 kg ist dieses Modell sehr standfest und eignet sich so auch als Badestelle. Viele Nutzer berichten, dass diese Vogeltränke von den Vögeln schnell akzeptiert wird. Die Fläche ist für kleine Vögel ausreichend bemessen. Durch die geringe Wassertiefe muss das Wasser allerdings häufiger gewechselt werden. Mit der Verarbeitungsqualität sind die meisten Käufer ebenfalls sehr zufrieden. Die Vogeltränke wirkt hochwertig und wird in ihrer Wetter- und Frostbeständigkeit von den Käufern bestätigt. Und die Nummer 1 unserer Liste. Die Blumfeld Adelsbrunn Vogeltränke ist aus wetterbeständigem Polyresin gefertigt. Durch die hochwertige Bemalung bekommt das Modell eine naturgetreue Steinoptik. Alle Käufer sind mit dieser Vogeltränke sehr zufrieden und würden sie zum Kauf weiterempfehlen. Mit einer Fördermenge von 200 Litern pro Stunde bleibt das Wasser ständig in Bewegung und wird zuvor vorzeitiger Verschmutzung bewahrt. Durch die integrierte LED-Beleuchtung ist diese Vogeltränke ein sehr stilvoller Blickfang in Garten. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen, abonnieren unseren YouTube-Kanal.